Man muss die Schnäppchen nutzen, wenn sie fallen. Hallo allerseits. Ich glaube, ich muss nachher nochmal zu Müller, um mich mit diesem Parfüm zu beduften. Yves Solaron Black... Ne, Opium Nuit. Genau. Das duftet so lecker und ich bin verrückt nach diesem Parfüm. Und mein ganzer Schal duftet auch schon nach dem Parfüm. Jedes Mal sprühe ich mich hier so ein und der duftet sehr, sehr lang anhaltend. Und er ist so gut. Ich bin gerade in einem Schuhoutlet und zwar ist das vom 2. März bis zum 15. März. Und hier sind Markenschuhe ziemlich stark reduziert. Zum Beispiel hier 239 für 50 Euro reduziert. Leider haben die nirgendwo eine Größe. Das ist das Problem. Mir würde zum Beispiel der Schuh ganz gut gefallen. Also der Stiefel hier. Und zwar ist das der hier. Der hätte mal 160 gekostet und kostet jetzt 50 Euro. Und die haben ihn leider nur in 7, in 4,5 und in 5 und ich habe 6. Und das hier glaube ich war 5,5 und 5,5 ist zu eng. Und 7 ist zu groß und 6 gibt es nicht. Die hier gibt es in 6, aber die gefallen mir nicht. Die sehen so männlich aus. Schade. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus mit meinen Socken, die hier oben rauscheinen. Also man muss definitiv andere Socken anziehen. Aber der Schuh ist ultra bequem. Und er hat einen schönen Absatz. Er ist so ein bisschen silberschwarz. Okay, mit den Socken sieht es absolut dämlich aus. Ich werde die zwei Schuhe nehmen. Die sind wirklich schön und ich brauche dringend Schuhe. Da kann man nur Bar zahlen. Deswegen gehe ich jetzt zur Bank, um Geld abzuheben. Ich habe die Schuhe zurücklegen lassen. Einmal die Samtenen mit diesen Schnüren hinten. Und einmal die anderen. Man muss die Schnäppchen nutzen, wenn sie fallen. So, ich brauche jetzt erstmal eine Kleinigkeit zu essen. Und zwar werde ich mir Reiswafel machen. Ich war jetzt auf dem Heimweg noch im Supermarkt einkaufen. Nicht viel, weil ich habe das meiste noch daheim. Und das zeige ich euch noch, bevor ich jetzt voll Bäume. Ich habe nur Sachen gekauft, die im Angebot waren. Die ich so generell gerne mag, aber die ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte. Einmal von Wagner einen Flammkuchen. In der Geschmacksrichtung Käse und Lauch. Dann war von Milram Quark im Angebot. Und zwar habe ich einmal Kressequark mitgenommen. Den kenne ich noch nicht. Dann den normalen Kräuterquark. Den mag ich sehr gerne. Und dann dachte ich, probiere ich mal Sour Cream. Den kenne ich auch nicht. Aber das hat sich irgendwie ganz lecker angehört. Beziehungsweise das Bild sieht so lecker aus. Diese Kartoffeln mit dieser Sour Cream. Da hatte ich irgendwie Lust drauf. Dann habe ich noch von Hengsenberg Stixi Gewürzgurken mitgenommen. Süßwürzig. Dann von Twix für mein Süßigkeiten-Testen-Video. Für meinen Beauty-Kanal. Eine Limited Edition Cappuccino. Ich glaube, irgendjemand von euch hat mir die auch empfohlen. Dass ich die mal testen soll. So, und dann gab es von Landliebe Sahne-Pudding-Schokolade. Den besten Schokopudding, den es gibt. Und deswegen habe ich zugeschlagen. Und habe tatsächlich nicht vier, sondern sechs Becher mitgenommen. Da habe ich erstmal einen Vorrat. Und das ist mein kleiner, aber feiner Food Haul für diese Woche. Ich habe mir jetzt vier Reislaufen gemacht. Mit Butter, Erdnussbutter und Erdbeermarmelade. Und während ich die esse, werde ich das Thumbnail für meinen DM-Haul bearbeiten. Das heute um 18 Uhr auf meinem Beauty-Kanal angeht. Also wenn ihr das Video seht, ist es gestern angegangen. Also eher der Haul, der DM-Haul. Holly, stehst du auf Wachposten? Stehst du auf Wachposten, ja? Ihr fein. Musik 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 Wieder eine späte Runde. Ich nutze gerade die Gelegenheit, dass ich an der Laterne vorbeigegangen bin, damit ihr mich ein bisschen sehen könnt. Ich drehe nur eine kurze Runde vom Abendessen nochmal schnell. Ach, Holly ist schon wieder am Obstessen. Komm, jetzt gibt es Abendessen. Abendessen für die Babys. Abendessen, Vorsicht. Guten Appetit. Jetzt macht es gleich plops und die Holly kommt. Macht Platz für mich. Ich habe auch Hunger. Heute Abend ist Germany's Next Topmodel Abend. Das kam ja gestern im Fernsehen und ich schaue es heute in der Mediathek. Und heute ist das große Umstyling. Da bin ich sehr gespannt darauf. Was man immer nicht machen darf, wenn irgendwas kommt, was man geschaut hat. Ne. Wenn man irgendwas schauen möchte, dann darf man nicht auf Instagram gehen, vor allem nicht, wenn man den Mädels von Germany's Next Topmodel zum Teil folgt, denn dann würde ja schon verraten werden, wer denn jetzt letzten Endes geflogen ist und wer vielleicht wie aussieht. Deswegen habe ich seit gestern Abend Instagram verboten und darf nicht gucken durch meinen Feed, weil sonst könnte ja irgendwas dazwischen sein und ich könnte gespoilert werden. Auch ganz böse ist, wenn man sich in seine Mails einloggen möchte und auf der Startseite dann immer irgendwelche Meldungen sind und dann besteht, wer geflogen ist oder so. Aber bisher weiß ich noch gar nichts und ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Ja, da werde ich es mir heute Abend gemütlich machen und irgendwas Leckeres essen und dann gucke ich Germany's Next Topmodel. Mein Vlog ist schon on, aber ich habe noch nicht so viele Kommentare, dass ich weiß, ob ihr das mit dem Kommentar mögt oder nicht. Ich kann ja pro Form mal schauen. Also einen habe ich schon bekommen, dass ich es ganz gut finden würde. Ich weiß nicht, was der Rest sagt, aber ich kann ja mal gucken von gestern. Jetzt überlege ich gerade, ist es gestern oder ist es dann schon wieder vorgestern? Wahrscheinlich vorgestern. Ja, vorgestern. Das wäre vorgestern, weil von gestern das Video kann ich ja zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video jetzt drehe, noch nicht nehmen. Also von vorgestern dann. Aber ist ja wurscht. Es ist auf jeden Fall. Immer ein Comment von euch. Dann schauen wir doch mal. Ach so, ihr habt Namensvorschläge für das vierte Häschen von Jette vorgeschlagen. Partys Life and Beauty Advent. Hallo Simone und Jette, wie wäre es mit Luna? Liebe Grüße, liebe Grüße an dich. La Marima schlägt auch Luna vor. Für mich ist es irgendwie Miss Mira. Aber ich glaube, es steht noch nicht endgültig fest. Also ihr könnt noch Vorschläge schreiben, wie ihr denkt, wie die kleine Maus heißen soll. Jasmin Sternchen schreibt, ich hatte mal ein Kaninchen, das genauso aussah wie die kleine und ich nannte sie Schneewittchen. Im Märchen heißt es ja auch hart und so schwarz wie Ebenholz. Das ist eine sehr, sehr schöne Idee und auch sehr süß. Ich frage mich gerade ernsthaft, wie dieser Apfel in den Hasenbereich kommt. Also ich habe ihn nicht dahin gelegt. Den hat sich Emily jetzt aus... Emily. Laut Emily. Holly. Holly hat sich den höchstwahrscheinlich aus dem Regal genommen und in den Hasenbereich getragen. Und den teilt sie sich jetzt mit Simba. Und Emily kommt von hinten. Diese Hasen. Hä? Und Holly liebt Obst. Die kleine Feinschmeckerin. Ja, ne, das schmeckt. Da kommt Emily durchgekrochen. Simba, du bist im Bild. Oh. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020